Heimat ist, wo man sich wohlfühlt und akzeptiert wird. Scheißegal, wo du bist, weißt du? Es sind Straßen, in denen du dich auskennst. Es ist eine Sprache, die du sprichst. Heimat ist da, wo du selbst wirksam bist. Ich habe einen ganz dollen Berlin-Bezug und einen ganz dollen Kreuzberg-Bezug. Und dann habe ich aber gleichzeitig auch Freundinnen, die ihr Leben lang von einer Stadt zur anderen reisen. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Das heißt, Menschen gestalten ihre Biografien immer auch immer wieder neu. Und das ist was Besonderes eigentlich, weil es die Vereindeutung von Nationalstaat auch infrage steht. Weil es zeigt, innerhalb eines Territoriums gibt es nicht ein homogenes Volk oder sowas. Wir lernen voneinander und es ist doch wunderschön. Und das müssen wir in Deutschland nur noch lernen, wieder wertzuschätzen, dass wir alle zusammen wieder nach vorne schauen.